Der Schaden ist lächerlich, was ich da mach. Ich hab noch kein Kürzes eingeschmolzen. Hebst du das auch auf für Platin? Also shiny... Wir müssen doch irgendwo Platin rumliegen haben. Als Erz. So. Katsch wieder weg. Larry. Das schaut jetzt irgendwie nach einem leichten Run aus. Gutes Item, leichter Boss. Marsch 4 In... Heroes und ja. Oh shit. Ja und dann 8 Inbits. Pentagramm. Oh, es wird immer geiler. Kein Devil Deal. Schade. Und dann 16 Eisen. Bleibt 4 Ferros. Und gut. Hier wird noch feilsig rausgeschmissen. Ein Osming noch drunter. So wie deine Chain gerade aussieht, hab ich gerade ausgeschossen, nachdem ich aus dem Kino kam, wo der neue Ghostbusters lief. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Judgy. Oh, Judgy. Noch mal keine Bombe, ich hab keine Bombe. Oh. 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 Das Kiste ist mittlerweile zu klein. Musst schon die Erz an den Blöcke umfassen. Oh. Oh, ich hab doch nichts. Oh. 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 Dann schaust man eben automatisch aus. Keine Bombe, ich krieg keine Bombe. Ich freu mich auch in der Stadt, wenn ich auf dem Korver soll und... ...mal den Halo oder Pentagram finde. Okay. Ich kenn noch, weiß nicht, ein paar Bomben. Oh, Osmo. Schön, jetzt krieg ich das Indoor, was ich brauche. So viel Schaden. Devil Deal, yes! So, mal gucken, was brauchst du für die... Für ne Soli, ja. Guck nicht mehr das. Die Unholy Bible, die ist doof. Soli, Neutron, Activator, okay. Also. Zwei Enriched Aloy, zwei Osmium Dust. Ich hasse nicht so sehr wie Curse of the Dark. Vielen Dank für den Follow. Hm, ich brauch Glas. Oh man. Was ist denn das? Das ist Spider-Bud, oder? Nein. Juicy Sec. Oh, ist auch gut. Das ist normale Kohle. Das ist nicht eben Bitumen. Achso, diese Bitumen Neos Kohle. Das ist normale Kohle. Ich muss ja noch bei dem... Mein eigener Modpack noch viel lernen. Haha. Oh man. Das ist Broken Unc. Was war das noch gleich? Äh, muss ich mal kurz nachschauen. Äh, bub, 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 bub. Broken Unc. The chance to respawn with three Solards is Blue Baby when you die. Die Fork war was? Clearing with a chance to heal. Mein Formal, oder? Genau. Ich bleib bei der Fork. Ah. Oh man. Damit ich nicht immer Kohle für meinen Heat Generator verwenden will, muss ich mir jetzt mal hier Lava hin platzieren. Dann mach das doch mit Holzkohle. Achja, mit Lava geht das aber genauso. Ich benutze Holzkohle, um Holzkohle herzustellen und damit produzier Strom. Das ist eigentlich... Ja, das kann ich ja auch passiv machen. Keine Warte. Ah, okay. Das Problem dabei nämlich, wenn ich den Curse of the Darkness habe, ist, ich habe ja da zwei extrem grelle Scheinwerfer, die mir die ganze Zeit ins Gesicht scheinen. also sie sehen noch weniger. Habe ich den Item rum? Ja, habe ich schon. Wheel of Fortune machen wir eventuell im Devil Room, wenn einer kommt. Oh, The Strain. Das wäre ja Cheaten. Echt schwer, ich stelle keinen Gamma Wert hoch. Nimm ein Thesis. Ne, ein Plazenta ist das wieder. Oh. Uh. Na, was müsste ich mir auch mal bald wieder besorgen? Ich habe nur noch einmal in meinem Tank. Nein. So, jetzt machen wir als erstes die... Weil das ist mein eigener Modpack. Nur, das ist noch nicht fertig. Also auch noch nicht öffentlich. Ah. Toller Build. Nice. Will ich jetzt noch Bunny Equals Power bekommen? Steht's. Da ist ein Zombie. So, jetzt müsste mein Schaden eigentlich pervers-grenial sein. Das wäre ein paar Herzchen, nicht übel. Der eine mit Effekt ohne, ich nehme das wieder weg. Oh, der war knapp. Ja, bei mir? Bei mir. Achso. Mein Bot hat halt als Caps angesehen. Ähm. Wie war das nochmal mit... Äh, doll. Schatztum und Algen. Ich habe aber nichts, um das herzustellen. Kein Pulverizer? Mh, noch nicht. Mh, noch nicht. Mh. Mh. Dieses Zertus... Von AE gibt's einen recht billigen Zerbröseler. Für den Anfang ohne Strom, ne? Ja, musste kurbeln, musste... Oh, jetzt lauf ich in den Geschiss. Aber ich glaube, für zwei, drei Ärzte immer kurbeln, reicht das für den Anfang. Äh, dafür brauchte man Quarz... ...und Stein mehr, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Von den Wahrergebnissen der USA. Was ich davon heiße? Pugati. Keine Ahnung. Wollte ich nicht eigentlich schon tot sein? Ach, ich habe ja Hämatitis, das vergesse ich immer. Ich heile mich automatisch. Beide keine gute Wahl gewesen, sag ich mal. Ach, der Netherbrick habe ich ja auch noch geschmolzen. Grinder... ...oder Grindstone war das, nicht Grinder. Ich grinde noch... ...zu Doppelherzchen, aber... Oh, ich bin eh geheilt. Also. Äh, ja, drei Quarz... ...drei Stein... ...Stein müsste ich eigentlich noch haben. Irgendwo müsste ich noch Stein haben. Oh, hier ist noch Sitarit, das ist doch... ...leisam. Schlüssel habe ich genug, das ist mir egal. Das Sitarit kann ich ja leider nicht in die Schmelze geben. Ohhhh... Fein. Hab ich schon für irgendwas gebraucht? Ne, da ist es doch. Ja, bestimmt alles. Was macht das noch gleich? Drops a random trickles double, trickles defects... Okay. Oh, ich habe keinen Quarz und irgendwann sah, deswegen ging das Rezept nicht. Sooo... Hm... Und da könnte ich auch Nether... Ja... ...Nether das nehmen, das Quarz. Nether Quarz. Da auch schon was. Maler Quarz kann ich auch noch gebrauchen. Mum's Pearl macht was. Äh, war das das mit der Höhte? Soul Hearts. Ja, dachte ich es mir doch. Ähm... Hoffentlich kann man da jetzt Osmium dran machen. Mysterious Candy? Ja. Mysterious Candy... Cosy's Axe kreak poops randomly in der Genome, man. Warum nicht? Osmium Dust. Hey, ich habe Osmium Dust von Rockhounding Mod bekommen. Hm. Ich habe Osmium Dust von Rockhounding Mod bekommen. Ich habe Osmium Dust von Rockhounding Mod bekommen. Ach, ich habe Osmium Dust von Rockhounding Mod bekommen. Ähm... Ich... Davon brauche ich noch ein bisschen. What's up? Noch ein bisschen Red Storm. What's up? Cool. Meine erste richtige Stromquelle am Basteln gerade. Und was wird das? Solarenergie. Ich habe ja manchmal nur den Heat-Generator. Das ist ja noch keine vernünftige Energiequelle. Oh nein. So. So. So, nein. Ähm... Dafür brauche ich Red Storm. Osmium. Das habe ich drei Stück. Was? Okay, wir brauchen nur noch Red Storm. Ja. Ach so, drei. Macht das Anhängerl. Äh... While hell you have a heart of heart every time you use a key to open a door or a golden chest. Ich darf noch zwei. Changes all half Red hearts into full hearts. Hm. Ähm... Bleibe ich aber trotzdem bei der Mom's Pearl. Boah. Das ist eigentlich recht simpel, was ich hier mache. Schon noch... Wird viel wesentlich komplizierter später. Jim's Multi. Ja, was? Die Erkenntnis wird gegen Ende noch ziemlich kompliziert. Oh ja. Was ist denn da schon wieder für ein Kackraum? Ähm... Ähm... Jupp, davon habe ich alles. Das... Das... So... Äh... Was fehlt noch? Ein Iron... Und noch... Ich habe alles. Ein Solargenerator. So... Dann mache ich jetzt nochmal... Ich glaube, ich habe keine Kohle, ne? Immer wenn ich Kohle brauche, habe ich keine mehr. Hm. Dann gehe ich mir eben welche. Dann gehe ich mir eben welche holen. Dann gehe ich mir eben welche holen. Dann gehe ich mir eben welche holen. Ich weiß nicht wer was denn ist. Achja, dass ich gerade gestorben bin, ist ein Bug von Maw. Ich bin nicht wirklich gestorben. Paralysis. So... Uninspected Mineral... Uninspected... Hallo Spinnen! Lefthand... Un Colicado! Kohle... Hier, ist doch Kohle. Lupituminous oder das ist normale Kohle. Es kommt zwischendurch auch mehr als eine Kohle raus. Okay, ist vielleicht da zweimal rein? Ernsthaft? Hell's down, du bist ein Scherzkex, Georgie. Haben wir noch irgendwo anders gekriegt? Vielleicht braucht man aber immer noch. Ich bin nochmal weg. 7 Stunden 13 schon wieder, okay. Schön, dass du da warst. Tschaui. Breed. Ich hab jetzt gerade, glaube ich... Ich hab ja normale Kohle, da kann ich schon ein paar Fackeln machen. Chariots. Aber bei der Temperance, Curs. Sonst was. Nein. Der hat mir gerade Slones reingedrückt. Lass mich in Ruhe, Boss. Irgendwann Markdrock? Äh, nö. So, fehlt immer noch der Itemraum. Ist das wirklich im letzten Gang, wo ich noch nicht drin war? Ich streame schon sechs Stunden. Ich zieh mein Viertel. Äh, ich brenne und habe Rösser. Gut. Ich hab mein mit halbem Herz überlebt. Dank meinem Extraherz. Wo sind denn die Skelette jetzt hin? Nex, Georgie. Komischer. So, wo gestorben? 404 war nochmal was? Äh, es sinkt ein Fehler. Das ist also... Gives a different trinket every per room, random you choose between a... Achso, das ist irgendwo der Wand frei. Äh, nö. Das machen wir nicht. Ach, ne Schlüssel. Na gut. Impress-Card. Alter, das scheiß Skelett-Geräusch. Diese Sterben, dieses Skelett. Das nervt. So, ich mach mal noch ein bisschen fackeln. Oh, shit. Ah, endlich mal Stein fackeln. Vielleicht ist das blaue Herz. Oh, stimmt. Da hab ich ein blaues Herz liegen lassen. Danke. Gute Nacht, also bis Sonntag, falls du magst. Da ist endlich der Itemraum. Im hinterletzten Winkel. Uuuuh. Ist das Able? Oder welcher ist das? Nein, multidimensional. Ach, das ist der, der mir nachfährt, oder? Ja. Okay. Das ist jetzt bessere Kohle. Das ist nochmal Eisen. Da könnte ein Secret-Bomb sein. Da gibt es ja viele Worte da. Ich hab zwölf Bomben. Ich kann so ausprobieren. Das ist normale Kohle. Endlich kann ich mal normale Kohle von anderer Kohle unterscheiden. Das kann doch nichts sein. Okay, das ist uninspected maneuverable. Ja, das ist es. Man kann eigentlich nur mehr da sein. Ich hab jetzt die Dings nehmen. Ja. Super Secret Room. Meine Hintergrundmusik. Ist es ja auch Song Request? Aber ich glaube, ich könnte eigentlich mal schauen, ob ich da... Nö, nochmal nichts. Oh, ich hab hier Poor Iron. Ja, Brownie. Nicht gerade wenig. Ja, ja, Creeper, lass mich mal los. Ähm, das ist schon wieder ein Skelett-Boss. Aua. Schnulle. Wer schießt da mit explodierenden Pfeilen? Oh, ich bin explodiert. Ja, ich hab ein Schnull-Ei-Mond. Ich mach mal ganz kurz Monster aus. Hm, Dank Deaths. Okay. Ähm, da hinten war das. Nee, ich trage ihr, weil ihr seid. Nein, die kann mich mal die Karte... Oh, Vaginas! Ähm, hier bin ich irgendwo geschwommen, ja. Hm, der schnellste Boss-Rumpf. Das einzige, was er endlich aufgenommen hat, war natürlich. Kannst du wieder irgendwann nochmal Creeps drin sein? Gibt's ja nicht. Ähm, ähm. So. Ich werde jetzt erst mal alles hier richtig machen. Da kann ich leider nichts hinfliegen. Ist das Stompy? H.P.R. when you feel protected. Ausleuchten. Ach, das war das falsche Cancer. Okay. Hm. So, dann marsch jetzt wieder Monster an. Haltest du Monster aus? Wäre ganz kurz, um meine Items wiederzuholen. Shit. Da war ja im Frost. Ich hatte keinen Lust, jetzt nochmal dahin zu gehen und nochmal gestehen. Hehehehe. Da waren Skeletten jetzt explodierend in Pfeilen. Kannst du dir vorstellen, wie grässlich das ist. Ach, diese ganze Pore, Eisenpore. Das ist ja nur ein Nugget, ne? Hm, ich glaub schon, ne? Das ist von Rallycraft. So, ich bin mir ausgeschalten. Muss ich mal ausschalten. Was, die ganz normale Mom? Graue Mom? Ernsthaft? In einem Dank Death? Oh, den hab ich nicht gesehen. Oh shit, da hab ich einen Rock, den hab ich gar nicht gesehen. Davon gibt's ja auch einen Kaffee. PPAP Kaffee. Habe ich erst gedacht, das wäre nur ein Clickbait-Titel, aber es gibt's wirklich in Japan einen PPAP-Kaffee. PPAP? Ja. Penapel. Pineapel. Ah, Pineapel. Ja. Ja, was nehmen wir denn? Ich bin so unschlüssig. Äh, nehmen wir... Wirklich Japaner wollen uns alles in den letzten... Das habe ich gekauft. Ich bin so weit. Äh, aber beide. Äh... Äh... Das? Da reinschmeißen? Ne, nicht den Jiggly Worm. Weg mit dir. So. Bisschen Platz im Inventar machen. Wie schnell, dass das meine Fliegen ist, so schnell abhaut. Oh, noch mehr Eisen. Oh, ne, Curse of the Maze. Puh. Da hinten war ich noch nicht. Oh, die Fragezeichen-Card. Was macht die noch gleich? Die Dorit-Ohren nehme ich schon gar nicht mehr mit, weil das sich gar nicht lohnt. Mishis-Card will activate the use of your Spacebar-Item for free. Okay, okay. Wo ist meine andere? Ach, die habe ich benutzt, richtig. Beide Judges hatte ich auch noch nie gleichzeitig in einem Run. Da sprenge ich mich aber rein. Amatze ich wieder da? Okay. Oh, es ist schon dunkel geworden. Ja, hier war ich auch noch nicht. Ob jetzt kommt die Spawns nicht schon wieder in den Boss und tötet mich. Ganz ehrlich bin ich ja kurz nur in die Mine gegangen wegen Kohle, ne? Oh, da sind wir nett wieder mal so. Nenne ich das hier Lurit eben mit. Äh. Okay. Das nehme ich gerne, dass du dich selbst tötest. Oh, das ist Eisen hier noch nicht mit. Mein Kumpel versteht bestimmt irgendwann in den neu generierten Bildungen nicht mehr, was Eisen ist. Ja, da ist noch Larkis. Da unten ist ein Skelett. Oh, noch mehr Larkis. und keine kane sei, als kane, kane sei, was macht kane sei? äh die ohr berri ist gar nicht mit, die erfahrung ist berri zuerst jammert er die ganze zeit dass er kein eisen hat und dann sagt er nimmt die jetzt weiß ich ja was eisen ist das ist ein magnetiv ohr damit kann ich nichts anfangen alles brauche ich nicht ich habe genug zähne und alles folgt mir nicht aber gerne mit ja schon fliegen geht schneller jetzt kann ich auch nochmal mitnehmen hier unten mit dem redstone nenne ich noch gerne mit ja man könnte verständlich mit da ist das eine marble weg oh shit ach hat sich gerade eine lade ruckla ich bin glaube ich gerade ein bisschen zu schnell für die mein krass voll die hochklackert also fliegst schon wieder zu schnell nur in höhe halt ne wie viele trinkets kann ich da fliegen gerade geben bevor da endlich einmal cancer kommt geben bevor da endlich einmal cancer kommt hm folge mit dem 1 ich meine im nächsten 1 ich habe bisher 2 guppy items oder gehen wir auf solharz runter gehen wir auf solharz runter das was können wir denn da hinten nix äh furious zombie ok 61 leben und noch ein furious zombie wie wird der warum spawnen direkt 2 furious zombies bist du bei so einem äh obsidian totem in der nähe dann ich bin unterwärtig achso hm hier ist klarer wie geht's gerade so ganz knapp über die lava nur nicht zu knapp dass ich nicht drin bin ne nein ich sag nicht irgendwas was ich nicht weiß was es heißt danke für den follow soo gehen wir mal hier lang gut 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 jetzt krieg ich noch den goat hat ganz im ende ok ähm ähm no i don't speak englisch right now jetzt gerade sprichst du kein englisch nö ok ich kratkampf auch auf englisch nur wenn man das auch wissen will englisch folgen folgen und kein englisch auch Oh Ich weiss gar nicht mehr wo ich bin, ey besser wo ich noch nicht war, ah da hab ich noch Gold in der Wand, so, weg, öh, hier war ich schon, aber da hinten ist Gold, oder, ne, das ist V10. Ich bin ne Idiot, ich kann ja fliegen, aber ich werde vergessen. Ah. Uh, Solheart. Ach, das ist also. I-Tunnel-Hart, mein ich. Strengths-Card, warum nicht? Ich weiss schon gar nicht mehr wo ich noch nicht war. Hm. Da unten war ich auch schon. Daaa, oben wahrscheinlich. Aber hier ist auch nichts. Ähm, wo geht's jetzt hier raus? Äh, Nico Zettwo, das ist mein Bot. No shit. Ah, ich hab's wieder rausgefahren. Komm, noch ein Lump of Coal, bitte. Lump of Coal? Yes. Ich bin grad wieder Isaac, hast du schon je gemerkt. Lump of Coal gibt's bei mir auch im Minecraft, deswegen. So, äh, das Polaroid hab ich genommen, ja, dann geht's in den Himmel. Okay, bis bald. Ja, das war kommend. Ja, das war's. Ich bin ein Tinted Rock. Äh, nein. Oh, wow. Oh, wow. Pheromones. Ich hab schon wieder keine Fackel mehr. Ah, ich glaub das reicht erstmal, dass ich hier ein Herz herausgeholt habe. Fast nen kompletten Stack Eisen. Woops, Rottenhead, nein, Flight geb ich nicht her. Aua. Böde Fee. Mal das Gold hier weiß ich meist nicht. Und das ganze Eisen hier. Und das ganze Eisen hier. Was, da ist noch ne Bombe? Ahja. Ja. 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 Aber, ich hab ja gedacht, ich hab' ihn noch nicht gefreut. Aber das ist noch so. Nee, schon. Nein. Jetzt. So. 20F produziert mein Generat. Solar Generator. Für eine Maschine müsste es einem reichen, ne? Welchen hast du denn gebaut? Den von Extra Utilities oder welchen? Von Mechanism. Ja, okay. Und ich kann ja auch noch den Heat Generator benutzen als zweiten Generator. Auf jeden Fall produziert der Solar Generator mehr als der Heat Generator. Ja, der Heat Generator produziert nur 1,42 RF. So. Ja, das freut sich. So, Reise, mit mehr als genug Herzchen eigentlich. Na ja, jetzt kann ich noch Glück auf meiner Spitzhacke tun. Oh shit. Mit dem falschen Ende. Oh. Okay. Oh, ich hab jetzt Glück 1 mit 150. Jetzt habe ich 180 LARPes auf meiner Spitzhacke. So, für den Anfang reicht das glaube ich auch. Ja. Ich kann überlegen. Ich mach glaube ich noch mehr Spitzhacke von den Solar Generatoren. Ich mach mal erstmal 3,4 Stück. Genug Eisen habe ich im Moment. Da hab ich nicht. Ist das die, die man hat? Ja. Tut in touch. Da hab ich mein Eisen. Redstone. Mach mal hier. Oder hier. Acht. Machen wir mal 8 von den komischen Dingern. Ja. Das hier ist kein Server. Und TS, das ist, ähm. Und man hat privat. Naja. Das ist das TS von unserem Community-Server, bei dem man theoretisch mitspielen kann. Da muss man nur die paar Bedingungen ausfüllen. So, dann komm man nur dafür. Nee. Hm. Da ich auch nicht die IP ausgeben darf. Achso. Naja, aber könnt ihr zumindest verweisen, wo die IP überall ausgegeben wird. Brownie. Habe ich eigentlich einen Modifier auf mein Schwert? Ja, zwei Stück. Könnte ich demnächst mal Schärfe drauf machen. Ja. Ich mach jetzt mal ein bisschen Schärfe drauf. Ja. Zwei Schaden mehr macht es jetzt. Ist schon ein bisschen was für ein Osnium-Schwert. Auf jeden Fall geht das Enriched Alloy jetzt viel schneller mit dem Solar-Generator. Wie du... Du hast ein Tinkas-Construct aus mir am Schwert oder wie? Mhm. Hm. Ich weiß ja gar nicht, dass das geht. Aus mir am Brawl Squad. Ja. Die Hand und äh... Der Whiteguard ist aus äh... Kupfer. Das war ja vorher ein Kupfer-Schwert. Und das O-Fahne ist halt aus mir. Hat das mir um irgendeinen Zusatzeffekt? Mhm. Nö, du wirst halt nicht. Du wirst hier jetzt eisen. Ja, ist klar. Das hört mich, du quackst. So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen... Ich glaub, der eine ist wieder weg, der nach der Server-IP gefragt hat. Wenn das schon ein eigenes Mod-Pack ist, äh... Hätte ich da nicht 6 reingegeben? So, ich muss dann... Habe ich Gold in der Tasche? Mhm. 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 Mhm.